Moin Moin, mein Name ist Sergio und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Closed Beta Key Vergabe. Diesmal für das kommende Action Free-to-Play Martial Arts MMO Age of Woollen. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch einen Gewinner bekannt zu geben. Und zwar den Gewinner meines Final Fantasy 14 Accounts für die Closed Beta am kommenden Wochenende. Und ich möchte E-Junkie herzlich gratulieren, ich habe dich auserwählt. Es war ganz freiwillkürlich, es tut mir wirklich leid für die beiden anderen. Aber vielleicht habt ihr bei einer weiteren Vergabe mehr Glück und kriegt dann von mir einen Account. E-Junkie, dir schreibe ich heute noch eine PN mit meinen Zugangsdaten, meinem Passwort und den Link zum offiziellen Beta-Forum, wo du dir das Spiel dann downloaden kannst. Und zu meinem letzten Video muss ich sagen, ich habe gestern gemerkt, dass Werbung auf einmal draufgeschaltet wurde. Das liegt wohl daran, dass ich ein Video von Square Enix genommen hatte, jedenfalls einen Abschnitt davon, um euch das Spiel Final Fantasy 14 zu zeigen, da ich keine eigenen Videos nutzen darf zu zeigen. Ja, das mache ich jetzt bei E-Junkie nicht, denn ich möchte nicht, dass Leute, die sich meine Videos angucken, Werbung sehen müssen. Dafür mache ich nicht meine Videos, ich möchte damit kein Geld verdienen, ich möchte euch ein bisschen entertainen. Und in diesem Fall möchte ich euch einfach nur einen Closed Beta Key geben. Also deswegen diesmal kein Gameplay im Hintergrund oder Video, sondern einfach nur ein paar bunte Bilder und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Aber lange genug auf die Folter gespannt. Also, wie der Titel es sagt, Age of Wulin startet am 17. Juni, die Closed Beta. Ich habe noch vor zwei Tagen bei mir auf der Seite und hier auch bei den News ein bisschen rumgemeckert. Man, Closed Beta geht nicht los, dann hieß es, ja, sie geht los, dann habe ich rumgemeckert. Man, ich habe keinen Key und auf einmal kriege ich heute zwei, nicht nur einen, sondern zwei Keys für die Closed Beta von Age of Wulin. Einen werde ich behalten, ich möchte mir das Spiel auf jeden Fall angucken, ich freue mich da richtig drauf. Und den zweiten möchte ich einfach an euch vergeben. Also, 17. Juni geht's los, das wäre, wenn ich mich nicht irre, der kommende Montag. Bedeutet, dieses Video lade ich heute am 12. hoch bis zum Sonntagabend. Werde ich dann warten, weil ich am Wochenende unterwegs bin. Und Sonntagabend würde ich den Key dann an denjenigen verschicken. Vielleicht habt ihr auch einen Key oder einen, es gibt so viele Keys gerade im Umlauf, dass ihr es nicht benötigt. Ich möchte aber nur lieber sagen, okay, nehmt den Key, wenn ihr den haben wollt, bevor ihr bei mir im Postfach versauert. Also, das war's in diesem kurzen Video schon von mir. Denkt dran, bis Freitag läuft noch meine Verlosung vom Beta-Account oder Beta-Key zu Infinite Crisis, einem Mobile-Game im DC-Universum. Und ich gratuliere nochmal recht herzlich, E-Junkie. Hoffe, du hast Spaß mit Final Fantasy XIV. Und vielleicht sehen wir uns ja bei meinem nächsten Video. Freue mich auch, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Also, haut rein, Leute, viel Spaß, ich bin raus. Vielen Dank.